1.160 Kisten Mate, äh Club Mate, sorry, 1.400 Kisten Flora Mate. Damit hat Flora gewonnen. Das sind insgesamt 26.000 Liter Mate, die zugegebenerweise gekauft wurden. So die Endabrechnung konnten sie uns jetzt noch nicht sagen, aber ich fürchte, wir haben nicht viel übrig gelassen, ehrlich gesagt. Sehr schön ist auch Bier. Bier war in einem ähnlich hohen Maß vorhanden und zwar gab es insgesamt 1.860 Kisten Bier, die weggegangen sind und es gab auch alkoholfreies Bier. Ihr habt das wahrscheinlich nie mitbekommen, das waren nämlich 10 Kisten. Diese 10 Kisten gehen auch wieder zurück übrigens.